Und weiter geht es. Keine lange Pause an dieser Stelle. Nein, ich möchte auch weitermachen. Dementsprechend, willkommen im Kampf gegen Sephiroth. Wie man unschwer an einer Neuinterpretation des One-Winged Angels hören kann. Aber egal. Möchte ich den Kampf beginnen? Ja, ich möchte den Kampf beginnen. Du bist du mal. Da bist du. Aber echt. Du gehst mir auf den Puffer. Ich weiß, dass du mich jetzt angreifst. Ich mache das wie mit allen Menschen mit den Gegnern. Eins, zwei, drei. Okay. Kommt da noch was? Aha. So. Jetzt wollen wir mal einen Mutantriff starten. Habe ich dich erwischt? Hat es wehgetan? Hat es Spaß gemacht? Ja. Keine Sorge. Jetzt kommt ein Impuls an. Oh. Oder auch nicht. Na nie. Er ist im Schock. Du. Mich. Nicht. Limit Break ist ab. Komm. Sephiroth hat so etwas gewinnt. Du wirst wieder. In der Klemme? Nicht wirklich. Bist du bereit? Immer doch. Na komm tiefer. Darauf hast du doch wohl ein gesamtes Leben lang gewartet. Endlich mal einen Kampf gegen Sephiroth. Okay. Jetzt können wir den Mutantriff reinwerfen. Oder auch nicht. Ah. Ah. Das war zu früh losgelassen. Würde ich sagen. Okay. Ich muss jetzt gleich mal ein bisschen aufpassen. Also tiefer muss er erstmal kurz in Vitra reinwerfen. Weil Cloud gibt sich hier gerade von der besten Seite. So. Und im Schock und im Limit Break noch eine Runde. Aber er ist gerade nicht mehr anwendig. Verwundbar. Na ja. Dann macht er wieder einen Superman oder was. Okay. Wir kämpfen uns hier durch alle Etagen von Mitka. Ich kann nichts gegen ihn machen gerade. Okay. Dann würde ich mal sagen. Von. Von. Tiefer muss auf jeden Fall. Nochmal ein bisschen Action kommen. Er ist nicht angreifbar. Das heißt ich kann gerade eben echt nur. Na ja schon wieder. Na komm. Ah. Einfach angreifen. Jetzt ist Schluss. Kapiert. Los. Los. Also eine Sache. Hopp. Eine Sache die ich nie verstanden habe ist. Warum die diesen Charakter auf einmal diese Flügel angesetzt haben. Der war so cool vorher. So. Na wo ist er denn? Da ist er. Alles gut. Noch. Ist hier nichts verloren. Tiefer. Du bist. Hast auch noch Fertigkeiten offen. Okay. Limit Break. Fossit ja nichts. Die letzten Worte. So. Wie können wir da. Mutangriff. Barret. Ähm. Ja komm. Blitzdings ihn mal. Er hat Flügel. Er ist sicherlich ein Pokémon Typ Flug. Ähm. Tiefer darf auch nochmal draufhacken. Oh nice. Und tiefer ist ein Limit Break. Und da kommt auch ein Mutangriff von Schlaupt hinterher. Ja so brauchst du mir nicht antanzen. Barret hat die Möglichkeit Magie zu wirken. Äh. Ich vergaß. Egal. Dann glaubst du bekommst noch. Du bekommst noch Protests hinterher. Was wird das jetzt? Ich könnte jetzt was beschwören wenn ich möchte. Aber ich möchte lieber von tiefer nochmal einen Vitra haben. Ist das alles? Aber echt. Ich dachte jetzt kommt ein bisschen cooler Kram. Abwarten. Wurde ich gerade sagen. Da kommt noch was. Die Blöße gebe ich mir nicht. Um Ifrit an der Stelle zu beschwören. Aufpassen. Ja. Das hat weh getan. Aber egal. Okay. Der kann ja richtig Magie wirken. Ähm. Aber das macht nichts. Denn tiefer kann hier auch ordentlich Fette geben. Und außerdem. Oh. Der Achtstreich ist böse. Ach komm Junge. Jetzt wird abgerechnet. Aber echt. Er macht immer noch weiter. Er gibt einfach nicht auf. Aber wir auch nicht. Wir kommen jetzt langsam auf dich zu. Und sobald ich bei dir bin. Und sobald ich bei dir bin. Hol ich dich vom Himmel. Der Typ zählt irgendwie runter. Und irgendwie habe ich. Da ist er. Was auch immer da jetzt passiert. Es ist mir egal. Es kommt noch ein Minute Break. Ist er tot? Noch eine Runde. Dann kämpfen wir zusammen. Für die Hoffnung. Geh raus. Ich war's nicht. Geh raus. Aaaaaah! Das war's für heute. Die Sphäre vor uns existiert noch nicht. Auch unser Planet soll einst ein Teil davon werden. Ich will nicht verschwinden. Ich will dich nicht auslöschen. Wo sind wir? Am Ende der Welt. Leih mir deine Kraft, Cloud. Lehn dich mit mir gegen das Schicksal auf. Vergiss es. Ich will dich mit mir. Ich will dich mit mir. Oh Gott. Bis zum Ende. Aber es ist nicht zu spät. Die Zukunft entscheidest du, Clark. Vizedirektor. Direktor. Richtig. 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 Ich habe gewonnen. Hast du... gesehen? Richtig. 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 Bitte. Vielen Dank. 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 Nein. 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 Wir werden so... Nein. 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 fand ich persönlich unnötig, weil das hat nichts legitimiert, außer dem Kampf gegen Sephiroth am Ende vielleicht. Aber auch wirklich nur vielleicht. Ja, aber so ansonsten war ich sehr begeistert. Also, ich fand es super, wie die einige Stellen ausgeschmückt haben. Auch, dass ja anscheinend Bix und Vetch überlebt haben. Und hoffentlich auch Jesse, verdammt Tag. Und, ähm, das finde ich super. Ich fand auch diese Side-Stories total geil. Ich weiß nicht, ich bin... Ich sag mal, ich habe wenig erwartet und habe viel bekommen. Also, es fühlte sich nicht wie ein vollständiges Spiel an und ich glaube, das sollte es auch nie. Ähm, man weiß, wenn man das alte Final Fantasy 7 gespielt hat, ähm, dass da noch so viel mehr kommt. Und genau das ist so diese riesige Frage. Dieser, dieser letzte Satz, ne, die, die Reise ins Ungewisse, ähm, oder ins Unbekannte beginnt. Genau. Es ist, es fühlt sich an, als wäre es etwas Unbekanntes. Und, das finde ich einerseits halt eben ziemlich cool, weil ich will mehr davon. Ich finde die Inszenierung super, ähm, es, es gab Überraschungsmomente für einen, obwohl man im Grunde weiß, was passiert. Es ist wie mit Crisis Core, man weiß, was am Ende passiert, aber es packt einen trotzdem. Und, ähm, genauso ist es hier halt eben auch. Man weiß, was am Ende passiert und es packt einen. Und das finde ich, ist halt eben gut gemacht, gut erwischt. Der Soundtrack ist an manchen Stellen ein bisschen zu hintergründig geraten, finde ich. Das hat so ein bisschen diesen, ähm, diesen Wiedererkennungswert von dem alten Final Fantasy ein bisschen, äh, ein bisschen fallen gelassen. Das fand ich ein bisschen schade, aber trotzdem fand ich den, äh, fand ich den neuen Soundtrack ziemlich gut. Auch, dass es halt eben nicht nur einfach resampled war oder wurde, sondern dass es halt eben auch, ja, ein Soundtrack war. Es war ein eigener Soundtrack und das hat mir gefallen, tatsächlich. Ich muss sagen, Don Corneo ist auch so eine Sache, ich hab sie schon immer gehasst und irgendwie hasse ich sie immer noch und das Spiel lässt mich diese Person noch mehr hassen. Das finde ich gut. Ich fand, ehrlich, ich finde diese Durchleuchtung super. Ähm, das Kampfsystem ist mir am Anfang ein bisschen hart aufgestoßen, aber man muss sich erst mal reinfuchsen. Ich fand's auch gelungen. Es gab aber so ein paar Sachen, die ich, wovor ich gerade echt Angst habe und das ist eher so das, was in Zukunft kommen wird. Ähm, als wir in dem, ähm, in dem Cosmos Theater waren und diesen, das erste Mal diese Cutscene mit dem Meteor gesehen haben, dachte ich, bitte nicht. weil das, das wirkte so vorgegriffen, dass, ist das Gefühl auf mich, also, dass auf mich das Gefühl erscheint oder erweckt wird, so, dass die, die spätere Story massiv stauchen werden und das funktioniert nicht, weil dieses Spiel lebt von dieser Story, von der Story der einzelnen Charaktere und bisher haben wir noch nichts von den Charakteren erfahren. Von Aeris ein bisschen, ja. Aber, ansonsten, haben wir nichts erfahren. Ich meine, wer ist Cloud? Soldier First Class? Wer ist Tifa? Warum sind die, ich meine, die sind seit, die haben ein Versprechen gegeben. Was hat das damit auf sich? Was ist mit dem Heimatdorf? Was ist mit Barrett? Ich meine, Barrett wird ja nicht grundlos sagen, ich hasse Shinra. Das ist so wie der Apple-Samsung-Krieg, ja. Ich hasse Apple, weil Apple ist scheiße. Argumentativ bin ich subkoordiniert, aber trotzdem ist Apple scheiße. Ähm, so, das sind Sachen, die wurden noch nicht erklärt. Dieses Spiel ist noch lange nicht zu Ende und, ähm, ich bitte an dieser Stelle wirklich, das, das ist ein Auflehnen. Square Enix macht weiter. Ich warte auch gerne nochmal ein Jahr, länger nicht, nur ein Jahr. Ich warte nur ein Jahr auf den Nachfolger. Nein, natürlich nicht, aber die können sich meinetwegen Zeit lassen. Und wenn es ein Projekt wird, welches zum Schluss über zehn Jahre hinausläuft, es ist mir egal, weil die haben einen super gutes, einen super guten Ansatz geliefert. Ich meine, Midgar, Midgar liefert gerade mal, also, ich hab mir meine alten Videos angeguckt, ähm, also nicht angeguckt, sondern mal geguckt. Ich glaube, Midgar verlasse ich bei Stufe, äh, bei Folge 20 und Stufe 14 oder 15 so in dem Dreh. So, das ist effektiv eine Spielzeit gewesen von fünf Stunden. Wenn man langsam ist, das geht noch schneller und ich war langsam, weil ich gerne mal so ein paar Umwege mache und ein paar Funfacts dazu erzähle und solche Geschichten. aber das, das war, muss man, wie gesagt, da muss man wirklich sagen, das war Folge 20, wo ich aus Midgar rausgekommen bin oder lass es 26 gewesen sein, aber mein gesamtes altes Let's Play von früher hat 140 Folgen gehabt und ich habe bei weitem keinen 100% Run gemacht, sondern ich habe lediglich nur Clouds beste Waffe geholt äh, und ich glaube, das war's schon. Ach doch, nee, nicht ganz Clouds beste Waffe und ich habe auch noch die Kampf-Arena gemacht, aber das, das war's und das habe ich auch größtenteils offscreen erledigt, ja, also außer diese Story-relevanten Sachen und da dann halt eben trotzdem 130, 140, ich weiß es nicht mehr, es waren auf jeden Fall über 100 Folgen, weit über 100 Folgen und wir haben quasi von diesen 100 Folgen vielleicht gerade mal ein Fünftel gesehen, wenn man schnell ist, aber dieses Spiel, ich meine, diese, diese 5 Stunden haben jetzt, wie viele Stunden gedauert? Keine Ahnung, 30, 40, mein Gott, was, ich bin überwältigt, ich bin wirklich überwältigt, weil ich auch irgendwann in der Zwischenzeit von diesem Hype so kalt gelassen wurde, also, der Hype war irgendwie nicht mehr da, ich hatte, ich hatte mich gefreut, hey, Final Fantasy 7 Remake und dann kam so ein, ja, wir bringen es jetzt episodenweise raus und ich so, ja, okay, ähm, was wollt ihr mit der ersten Episode bringen? Midgar, okay, Leute, ich, ich vertraue euch einfach mal blind an dieser Stelle, mein Hype war in dem Moment komplett zurückgezogen, als es hieß, wir wollen nur Midgar präsentieren und das, das war halt eben für mich so ein, ja, komm, es ist Final Fantasy 7, ich kenne mich, ich werde es mir sowieso kaufen, ähm, und spielen, aber nur Midgar, das überzeugt mich jetzt nicht so und das hat es auch nicht, das hat es, bis ich dieses Spiel angefangen habe und bis ich dann gesehen habe, was die da für Side-Stories, also mit dem, mit dem einen Trailer, bei dem sie, den Anschein erweckt haben, so, es gibt viel mehr als nur die Main-Story und es gibt viel mehr Side-Story, war für mich so dieser Moment, wo ich mir dachte, ach, bitte keine flache Story neben der Story, bleibt bitte bei eurem Pfad und haben sie gemacht, bis auf diese Dementor-Geschichte, reden wir nicht drüber, die, die ist nie geschehen, ja, die ist an dieser Stelle echt nie geschehen, ich glaube, das wollten die auch genau so zeigen, dass es nie passiert, ja, mit dem, mit dem Ende, ich finde es gut, dass, dass Biggs und Wedge überlebt haben und hoffentlich auf Jessie und das finde ich super, ich fand, ja, Jessie-Fangirl, ich bin, ich bin ein Jessie-Fanboy, war ich schon immer, selbst tiefer ist bei mir nur die Platz 2, wenn ich Jessie sehe, also, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht warum, auch bei Final Fantasy 14, ich habe Luftsprünge gemacht, als ich Jessie gesehen habe, der Shit, ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, ich kann es immer nur weiter loben, ähm, nicht alles ist gut, muss ich, muss ich dazu sagen, aber, wenn ich bedenke, wie die letzten 2,5, also nicht, nicht, Final Fantasy 14 jetzt ausgenommen, wenn ich mir jetzt angucke, ähm, das mit dem Levelfortschritt wurde noch nicht geklärt, Square Enix hat die Sache mit dem Levelfortschritt noch nicht erklärt, der Witz bei der ganzen Sache ist, sie können das resetten, habt ihr mal auf das Schwert geguckt, welches Cloud in der Endsequenz hat, das war das Meisterschwert, das war die Waffe, die er zu Beginn des Spiels hatte, die hatte er zum Ende des Spiels nicht mehr, diese gesamten Waffen, die Cloud gehabt hat, hat man nämlich in der alten Version im Laufe des Spiels bekommen, in Gesamt Midgar lief Cloud ursprünglich nur mit dem Meisterschwert durch die Gegend, das darf man nicht vergessen an dieser Stelle, und am Ende hatte er das Meisterschwert, es war keine, ähm, es war nicht die Waffe, die ich zum Schluss getragen hatte, darum, sind wir mal lieber vorsichtig, ich würde fast behaupten, Square Enix wagt den Schritt und sagt, sorry, aber diese Dementorengeschichte und so weiter, das war nur um die Story nochmal ein bisschen aufzupeppen und aufzuheizen, denn jetzt geht es erst richtig los, jetzt wird das richtige Final Fantasy kommen, und das Final Fantasy, was ihr kennt, natürlich aufgeschmückter, aber, warum nicht? Meine Güte, warum nicht? Wir, wir haben schon unglaublich viel von den Nebencharakteren erfahren und ich fand, es hat gepasst, es hat super ins Setting gepasst, diese Geisterstelle, ja, diese Geisterstelle, wo ich hier gerade eben diese Videos so hochlaufen sehe, diese Geisterstelle war blödsinn, das war wieder blödsinn, also alles, was ich mit Geistern zu tun hatte, war blödsinn, fand ich, ja, so, jetzt fängt der Shitstorm an, das war Schwachsinn, die, die, ja, genau, diese, diese kleinen, komischen, buh, hui, Buh, Gespenste, was sollte das? So, bleibt doch auf der Linie, dann hättet ihr es vielleicht zwei Stunden weniger Spielzeit gehabt, meine Güte, ich hätte es euch nicht übel genommen, Square Enix, ganz im Ernst, aber, alles, was mit Geistern zu tun hat, meh, Sephiroth, meh, gehört an dieser Stelle gar nicht hin, meiner Meinung nach, man hätte diesen Mythos einfach aufrechterhalten, ähm, lassen können, von wegen, ne, man, man, man wusste ja eh nicht, was mit dem Dude, äh, was mit dem Dude ist, und den dann hier so auftanzen zu lassen, hey, mein DualShock-Controller hat sich getrennt, was soll das denn? Ähm, dann halt eben so, so auf, ähm, aufzuteilen und zu sagen, ja, wir lassen den dann immer mal wieder reinpieken, ist halt eben so, ja, ich glaube, das ist echt schon Fanservice, aber massiver Fanservice, den wir dort reingeschmissen haben, und das mit dem, mit dieser, mit diesem schwarzen Flügel, komm, das sah bei Crisis Core scheiße aus, das sieht heute immer noch scheiße aus, so, nur weil, nur weil das Lied One-Winged Angel heißt, muss man nicht jedes Mal dem Typen, ein, ähm, ein, ein, eine Raben, ein, ein, ein Rabenflügel aufsetzen und sagen, wuhuhu, er ist der One-Winged Angel, das ist so ein, so ein hässliches Klischee, das ist so ätzend, ich weiß nicht, das ist, ich mag auch das, ja, es ist aber, es ist, es ist der schlechteste Fanservice, was es gab, ja, super, genau, man hätte ihn ausziehen können, aber, haha, selbst da war Final Fantasy 7 schon eher, badum, richtig, er ist irgendwo oben ohne, und, ja, also dieses, dieses, dieses Fanservice-Gedöns, fand ich nicht so geil, zumindest was, äh, was Sephiroth, ähm, Sephiroth anging, ja, das ist genauso wie, das Rumgefliege und so weiter, wobei mir aufgefallen ist, das passt, das passt, Sephiroth kann fliegen, das passt, er kann aber auch durch Wände laufen, das darf man nicht vergessen, er kann durch Wände laufen und er kann fliegen, und er kann aus den Augen Laser schießen, das sind so Sachen, die sollte man immer im Hinterkopf behalten, ja, er ist nämlich eigentlich der Papst, nein, Genova hat mir gefallen, auch wenn es wieder so eine Sache ist, ich glaube, das war wieder Fanservice, also gehört auch wieder zur Richtung Fanservice, Sephiroth, Genova war definitiv Fanservice, das Rumgefliege und das und so weiter, was im gesamten Spiel, so gut wie gar nicht zur Geltung kam, musste natürlich gegen Ende hin nochmal ausgereizt werden, um ein spektakuläres Finale zu liefern, ganz ehrlich, hätten sich Cloud und Sephi einfach am Ende auf die Klappe gegeben, wäre ich völlig begeistert gewesen, das wäre für mich ein absolut geschmeidiges Ende gewesen, gerne auch mit diesen Dementoren, die verschwinden und sagen, ihr habt euer Schicksal jetzt selber in die Hand, habt da Pech gehabt, lebt damit, aber nehmt das auch in die Hand, hätte ich in Ordnung gefunden, nein, stattdessen fliegt man da, ich dachte auch, ich weiß nicht, ich hab mich so ein bisschen, ne, ne, nicht mal FFXIV, aber wie dem auch sei, Final Fantasy VII Remake, das was bisher passiert ist, die letzten beiden, die letzten drei Singleplayer Final Fantasy Teile, und ich meine damit 15 Lightning Returns und 13.2, waren ja nun mal wirklich absolute Katastrophe gewesen, ja, das finde ich, ist eine ausgezeichnete Entschuldigung, für das, was Square Enix in den letzten 5, ähm, 5 Jahren falsch gemacht hat, ähm, Final Fantasy XIII ist für mich ein Streitthema, ich hab's gemocht, also zumindest die Story, über das Kampfsystem lasse ich gerne streiten, aber, ja, ich, ich sag mal, Dankeschön, für Final Fantasy VII, also für das Remake, und dafür, dass sie es halt eben gut geliefert haben, was mich vor allem beeindruckt hat, alles was danach kam, ja, also, Crisis Core, Dirt of Cerberus, Advent Children, wie ist mit den, ähm, wie ist mit, wie ist es denn gleich, nicht Last Order, Last Order fand ich scheiße, das war ein Fanmate-Ding, das fand ich, das fand ich ziemlich kacke, weil das ziemlich viele Sachen einfach nur nach, nur noch ein falsches Licht gerückt hat, ähm, wie hieß es denn gleich, es gab ein Handyspiel, von Final Fantasy VII, welches nur in Japan rausgekommen ist, auf jeden Fall, diese gesamten Spin-Offs, außer, Last Order, Last Order war wie gesagt, meh, Pfoten weg, ähm, schmiegen sich hier super gut in die Story rein, das ist herrlich, wie sie diese Kombination auch noch mit reinwerfen, Sachen aus, ähm, aus Crisis Core mit auf, äh, mit aufleben lassen, was nebenbei ebenfalls ein bombastisch gutes Spiel ist, ich habe mich auch jahrelang dafür, ähm, dagegen geweigert, weil ich, ähm, ja, weil, Final Fantasy VII ist für mich ein persönliches Heiligtum, ich hatte irgendwann mal das Spiel, ähm, verliehen und gesagt, wenn ich, äh, wenn das Spiel einen Kratzer hat, bist du tot, und, ähm, habe es auch ohne Kratzer wiederbekommen, die Drohung hat gewirkt, es, es ist für mich persönlich ein Heiligtum, welches mit diesem Spiel definitiv nicht angetastet wurde, keineswegs, ich bin, wie gesagt, man hört es ja die ganze Zeit, ich labere die ganzen, die, die gesamte Endingszene voll, weil ich so einfach hyped bin, und endlich den nächsten Teil haben möchte, und, ich weiß nicht, ob sie wirklich den, die nächsten Teil als DLC rausbringen werden, ich glaube nicht, und ich glaube, man wird mit dem nächsten Teil ganz bestimmt mit Stufe 1 wieder anfangen, quasi von vorn, und das auf diese Art und Weise, episodenweise durchziehen müssen, was ich halt eben so ein bisschen, ich sehe es von zwei Seiten, auf der einen Seite, Midgar mit Stufe 35 oder 40, oder, wie aktuell, Max Level 50 zu verlassen, ist, unnötig für den Story-Teil, weil man mit Stufe 50 schon, ähm, schon den, schon, das Ende von, Final Fantasy 7, dem alten Spiel spielen konnte, oh, ich kann keine Screenshots aufnehmen, okay, das musste jetzt einfach mal ganz kurz sein, geht gleich weiter, denn, du kannst nun im System Kapitelauswahl jedes beliebige Kapitel noch einmal spielen, deine jetzigen Charaktere, Waffen und Materia bleiben dabei erhalten, mache dich auf die Suche nach unabgeschlossenen Aufträgen und Story-Abschnitten, tauche noch tiefer in die Geschichte ein, Herzchen, finde ich cool, Schwierigkeitsgrad Schwierig ist jetzt ebenfalls freigeschaltet, der Schwierigkeitsgrad Schwierig wurde freigeschaltet, und kann in der Kapitelauswahl für jedes Kapitel ausgewählt werden, mache dich auf die Suche nach spezialen Manuskripten oder verstärke deine Waffe auf Maximum, auf Schwierig können keine Gegenstände eingesetzt werden und an, was, das ist ja dreist, oh, im Hauptmenü kannst du unter Spielfortschritt beliebige Kampfstatistiken und Story-Wegpunkte einsehen, okay, das wird ja immer mehr, Bonus-EP und FP, dem Kampf erhalten, okay, okay, ein neuer Kampf-Simulator, Motorrad-Minispiel ist freigespielt worden, wunderbar, ja, ähm, wie gesagt, Stufe 35, das ist so etwa der, ähm, der Level-Bereich, lass mich mal kurz überlegen, ähm, ich würde fast meinen, das ist schon gegen Ende erste CD, wo man mit 35 durch die Gegend läuft, das haut schon ganz gut hin, 35-40 so in dem Dreh, ich weiß, dass ich Sephiroth das erste Mal besiegt habe, mit Stufe, äh, mit Stufe 64, und das letzte Mal, glaube ich, sogar mit Stufe 79, oder irgendwie so in dem Dreh, und, ähm, Midgar hat ein Level-Caps von Stufe 50, habe ich gelesen, und damit dann da durch die Gegend laufen, man wäre massiv unterlevelt, also das, das funktioniert nicht, das, nee, die, die werden ganz sicher ein Reset am Ende machen, gut, ähm, ich möchte an dieser Stelle auch nicht weiter schwafeln, denn ich habe noch ein Meeting in neun Stunden, deswegen werde ich jetzt das abhauen, und sage mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, ähm, wenn ihr Spaß hattet, dieses gesamte Let's Play gibt es natürlich auch auf YouTube, und, ähm, wir sehen uns aller spätestens, zum nächsten Teil wieder, ansonsten haben wir ja noch ganz viele andere Projekte, Horizon Zero Dawn, Sailor Moon startet demnächst, ähm, was, was haben wir noch, ähm, das ist Final Fantasy 14 natürlich, ganz vergessen, Final Fantasy 14, was, achso, ja, der neue Prima E ist ja jetzt rausgekommen, ähm, ja, ansonsten stehen noch ein paar Sachen auf meiner To-Do-List, ähm, Wolfenstein stand noch drauf, ähm, noch ein weiterer Legend of Zelda Titel, ähm, Breath of the Wild, weil da ist ja auch mittlerweile eine Fortsetzung angekündigt, ähm, was war denn das noch, irgendwas war das noch, ich habe ganz viele, ich habe ganz viele Titel, die ich auf jeden Fall nochmal spielen möchte, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte, ähm, ja, ich werde jetzt auf jeden Fall ins Bett gehen und weinen, weil ich meine liebsten Charaktere jetzt wahrscheinlich über ein Jahr lang einmorden werde, bis bald, Tschüssi!